moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft flat world ja wir sind hier angekommen in diesem wunderbezauberten schönen dorf ich hoffe die fps drops gehen jetzt mittlerweile ich habe so viele dinge umgestellt ich weiß gar nicht mehr was ich alles umgestellt habe ja mit dabei ist der melon joshi und der roffelkopter und ja das dorf ist ein bisschen verwüstet fragt nicht er hat ein bisschen uns ausgetobt macht aber nichts wir ziehen ja glaube ich heute sowieso weiter deswegen packt eure sachen nimmt das mit was wir mit dem können da würde ich sagen ziehen wir einfach weiter warte mal bergbank doch eine bergbank wird warum hast du eigentlich schon voll jeder nicht weil ich kürtel kürtelt habe alles klar und pferde ich glaube ich glaube hier ist nichts mehr ich glaube wir haben schon alles geplündert ok dann norden osten süden westen wo wollen wir hingehen worden gibt mir die mir eine chance so da ist nun muss nun oder wir wollen wir weiter festen oder weil wir wollen ja weiter außen war das wir hätten dann gehen wir wieder zurück ok dann wir können natürlich auch westen ja aber gehen wir wieder zurück na und ja hast du jetzt was dagegen ja warum also warum warum bin ich eigentlich noch in 182 ein kostüm ich weiß auch nicht da wird es hat er wieder geschneit das stimmt es hat jetzt wieder heftig geschnallt das finde ich gut geschneit glaube ich schon wieder erst bei uns nicht bei mir nicht bei mir sind aber ja es hatte gestern echt heftig bei uns geschnallt es war ja so hoher schnee alle das hatten wir schon seit jahren nicht mehr das habe ich in meinem dorf schon seit jahren nicht mehr gesehen so krass ich finde mein dorf sieht im winter am schönsten aus aber wenn dann dann muss es richtiger schnee sein weil so matschnee ist auch kacke ist doch richtiger schnee ja ja jetzt deswegen sage ich ja jetzt war wieder richtiger schnee aber das meistens ist ja in so blöse und so matschnee so schaffe hier habe ich ein bett mir habe ich tötet sie wo sie eigentlich wegen 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 essen ja das sollte vielleicht doch tun ich glaube wir sollten mal beim nächsten dorf ein bisschen anpflanzen wo wo dort er seine sichtweite auf drei millionen zu ruhe ich sehe es selber nicht mal ich hab für euch auch zehn oder zwölf ich sehe ich sehe was ist denn der aus dem haus ist auch ich sehe heu bei einem damen gut alter hey johle spiel durchgespielt die schmiede bitte eine schmiede bitte drei diamanten drinnen wenn er drei diamanten drin sind kann man gleich hierbleiben und es regnet kuh und es regnet kuh das ist ja richtig heftig plündert es ich glaube nicht dass hier eine schmiede ist aber hier ist terracotta aber das ist großes dorf aber ja naja plündern wir es hier ist ein bett den alltag halt hier ist auch ein bett ich glaube in jedem haus schmiede oh hier sind katzen oh hier sind pferde aber nur zwei ok hier sind sogar noch mehr betten aber sowas richtig ist hier heu bei ich nehm die ich frage mich wann die folge aufgeladen wird na wir müssen es erst recht nicht höher wissen erst ein paar monaten nächstes jahr ja nächstes jahr ist eine kiste rot kartoffeln ich muss ich habe muss wenn ich habe von dem smarag machen ich hab noch nie ins zmarag gesicht was mag ich in subnay das würde ich machen in subnay muss ich ja jungen video hochladen ohne subnay was ist das ich hab glaube blumen wo ist er denn weiß ich nicht ist allah du bist auch so blau du bist so schlug ich mag blumen ich weiß wie heißen die kornblumen mhm lecker ok das ist scharf schlug ist crafty alter ich bin jetzt der mit dem unnötigsten item ich bin der mit der hacke ich hab auch ne hacke warte mal kann ich jetzt hier hier willst du was anpflanzen das ist ja im ernst das geht warte 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 superbaum ich hab doch knirchenmüll warte mal warte na n ei n . Er macht ne MK-Hoot perfekt. Setz das wieder hin. Ich will weiter wandern lassen, Zombies. Na, ooooh. Ofen. Oh, Zombie. Oh, ist das Nachfell? Äh. Äh. Leute. Tschüss. Nicht hier weiter in den Osten. Ich mit meiner Hacke. Du machst keinen Schaden. Das ist mir egal. Wo seid ihr? Äh. Wir müssen weiter. Ja. Ja. Oh noch. Sonst trinke ich noch einen Korn. Alter, ist gut jetzt. Na, super. Das bremst mich aus, ne? Echt? Ich, wenn ich da drauf springe, bremst mir das aus. Echt? Ne. Oh, ich bin gleich los. Scheiße. Scheiße, nein. Nein, ich auch. Essen. Ich seh das doch immer noch nicht cool. Ich seh das auch nicht. Kirche ist dabei. Ah, jetzt seh ich's. Am besten direkt das erste Hausrennen und Bett platzieren. Jo, es ist riesig. Es ist riesig, Alter. Schwuch. Na ne, das erste war größer, also hier. Das ist davor. Wir brauchen auch keine Schmiede. Oh Mann. Vorher plündern. Wettlegen. Okay. Okay. Nein, erster Strom mitnehmen. Ah, hier sind Schweine. Mann, wieviel, wieviel Angriffsschaden. Einen. Stimmt. Alter, ich... Schlauptum. Geil. Was habt ihr jetzt gemacht? Ich glaube, so soll das nicht sein. Wieder auch umkoppelt, ungebremst und meinen Schlag reingehen. Es sei denn. Gibt's hier irgendwo... Ne, ich brauche immer irg... irgendein Schwert oder so. Irgendwas, was wir weiter... Knacks zu mir. Braucht ihr doch ein Schwert. Ich fäll jetzt den... den... den Baum. Wollen wir weiterziehen? Okay. Warte, ich muss kurz den Baum fällen. Damit ich mal Holz equipment machen kann. Cool, lass heute noch den halben Baum ab. Cool. So. Boah, ich glaube nicht, dass er wächst. Aha, so. Oh, juch. Alter. Hä? Hä? Hey, what the fuck? Warte, warte mal davon muss ich jetzt einen Screeshot machen. Ach so, nein. Das ist doch von deinem alten Baum. Ach so. Ach so. Ach so. Ja, das ist cool. In der Sandestadt. Okay, wir sollen mal weiterziehen. Egal, jetzt haben die einen neuen Baum. Aber in den Osten wieder. Ich hab' ein Bett. Ach so. Ich auch. Ich hab' sogar ne Steinhacke. Ich hab' 30 Brot. Alter, wie tut das ARC's? Würde nicht. Ich nicht. Ja, jetzt. Ich bin ne Katze. Nee, Schmiede seh' ich noch mehr. Schmiede. Schmiede. Schmiede! 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 Warte, warte. Ich hab' nichts rausgenommen aus der Schmiede, genau. Warte, ich guck' auch mal rein. Cool. Okay, interessant ist das nicht. Sind hier's drin? Das eine, weiß ich's nicht. Was war... Was ist das denn was an, Alter? Hab' ich noch gar nicht reingeguckt, Alter. Das ist uninteressant. Ja? Mach dich falsch. Ich nehm's mal raus. Ich hab' gar kein Eisbauer. Boah, Alter, aber übelst viel Eisen, Junge. Das brauch' ich, Alter. Ich renne hier noch mit Holzdingern rum. Zwei Schmiede und keine Dias, ey. Wir brauchen drei Stück insgesamt, ne? Was ist so? Stimmt, drei Stück. Das Ziel ist ja Obsidian. Ach, ich blop. Dann los. Oh mein Gott, ich hab' Obsidian. Hier ist ne dritte Schmiede, ne? Was? Echt? Wo? Was? Ich kenn' den gleich neben der zweiten. Das hab' ich gar nicht gemerkt. Na, na, jetzt sieht's auch. Ah, das war eh ne. Ach so. Ich war mir gar nicht sicher. Hier sind drei Schmiede einfach. Alter, hier ist Obsidian drin. Und Gold. Und Dias? Ne. Und noch mal Schuhe. Braucht' die Schuhe? Ja, ja. Nein. Dias, Dias brauch' mal. Ja. Nehm' doch die Schuhe! Nehm' doch die Schuhe! Ey! Okay. Hier, wir haben Obsidian. Sieben. Warte mal. Eins. Sieben Stück? Vier. Sieben? Fünf. Sechs. Was ist das denn so? Wir brauchen zehn Stück. Eins. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ab. Naja, wir brauchen neun. Neun. Zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Neun. Wir brauchen zehn, ja. Hä? Neun. Neun. Zwei. 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 Links drei. Rechts drei. Das ist neun. Drei plus drei sind sechs. Zwei unten, zwei oben sind vier. Sechs plus vier. Hä? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich komm' mal auf acht. Wollen wir's aufbauen? Wollen wir's aufbauen? Ne, komm, ne. Komm. Hä? Ne, guck mal. Warte mal, warte mal. Ich bau dir das jetzt mal mit Stroh. Ja, warte mal mit Stroh. Okay, los. Jetzt bau uns mal dein Portal, sag mal. Ey, du musstest doch... Ah, doch. Nee. Musst du denn das so hochbauen? Doch. Ja. Weil das ist zu niedrig. So wär's zu niedrig. Ach so, ja, stimmt. Hast recht. Sag ich so ne Konstruktion? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn. Ja, gut, zehn. Habt auch recht. Nein. Wie hättest du schon Minecraft? Wirklich schwach. Ja, schwach. Ja, Mensch, ich bau doch nicht jeden Tag ein netter Portal. Ja, warum nicht? Ja, wir sind jeden zweiten Tag. Ja, wir sind jeden zweiten Tag. Nein, jeden anderen. So, ich muss das jetzt. Ja, wollen wir mal weiterziehen, oder? Äh, ja. Alter, was gehst du mich hier so an, Alter? Irgendwann schubst du mich hier weg. Ah, das passt. Aber wir können ja die Pferde mitnehmen. Wollen wir uns irgendeine Koordinate suchen? Also jetzt einfach mal weiter... Was? Ne, wir sind keine Pferde. Wollen wir uns irgendeine Koordinate suchen und dort dann so ne Art Stützpunkt errichten, von dem wir dann Dörfer erkunden oder suchen? Äh, können wir mal. Wir müssen ja immer weiterreisen. Ah, da müssen wir uns ne bestimmte Koordinate aussuchen, dass man die nicht so leicht vergisst. Null. 1.000? 1... 1... 1.000? Warte mal auf. Aber wir sind schon auf 3.000, das macht keinen Sinn. Eben. 5.000 vielleicht, aber du musst echt lange latschen. 5.000, 1.000 wäre das möglich? Ja. Elias, kommst du? Ja, und wo bist du seid ihr? Wir laufen Richtung Osten. Ist... Germany. Gut, ich hab mal... Wir müssen das Stück so laufen. Also ich... Ich hab 3 Stacks Stroh. Komm, liegt der Stroh. Strohballen. Reicht doch mal. Checkt wahrscheinlich eh keiner. 12 Kornplume. Uh, Dwarf. Hä? Wo? Vor Ort eurer Nase. Lol. Stimmt. Das Haus sieht geil aus. Ohne Schmiede. Eine Schmiede. Ja, ist so. Ey, das Haus sieht da geil aus. Oh, ne Bibliothek, wichtig. Ey, in dem Dorf will ich wohnen. Theoretisch können wir uns auch... Mal gucken, wenn da 3D ist drin sind, können wir uns eigentlich hier niederlassen. So ran. Wenn wir das Dorf erweitern. Ne, hier ist... Alter, hier ist der größte Müll drin. Obwohl Tool ist. Nehme ich. Hä? Ich fahre dieses Haus dort. Echtes Haus denn? Nimmst du doch mit. Warte. Komm mal mit. Dieses hier. Das sieht so richtig chillig aus irgendwie. Hä, lol. Ist wirklich so. Wartet, 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 wartet. Dann würde ich wohnen. Das ist aber meine. Hä, lol. Das sieht ja echt geil aus. Hä, das Haus hab ich noch nie. Mann, ich seh's nicht. Warte. Ich glaub nicht. Ich hab's auch noch nie so gesehen. Warte mal, das muss ich mir irgendwie abscreenshotten, falls ich mal ein Haus baue. Ich auch. Das sieht echt schön aus. Das hat er doch nicht gesehen? Nein. Das sehe ich zum ersten Mal in nem Dorf. Oh mein Gott, das schönste Haus überhaupt gefunden. Ja. Das ist das schönste Haus. Welts weit? Ja. On the play. Ey, das baue ich im real life, das sag ich dir nie. Ey, das baust du im real life. Hä, jetzt zwar nicht, aber egal. Hä, doch. Sei jetzt auf Architektur. Ja, aber das sieht echt geil aus irgendwie. Sekundenkleberregel. Das sieht so richtig wie mittelbreiter aus, oder? Ja, so. Keine Ahnung. Ich feier's. Ich wohne hier drin jetzt, so. Dann müssen wir weiter machen. Oder wir finden noch ein Dorf mit so nem Haus. Was? Wollen wir weiter? Ja, warte. Eisengohl im Schlechtkirchen. Warte, schlafen wir alle vorher? Ja. Ich geh in mein neues schönes Haus. Ich geh in die Bibliotür. Ah lol, in der Bibliothek ist gar kein Haus, ja gut. Äh. In der Bibliothek ist kein... Ich meine, ist kein Bett. Ja, ja, wiese. In der Bibliothek ist gar kein Bett. Ich muss mir kurz ein neues Schwert noch bauen dann. Äh. Ist in deiner Bibliothek ein Haus und meiner ist es immer. Ich hab eine Bibliothek... Ich hab... Ich hab ein Haus in meiner Bibliothek... Ich hab... Halt's Maul. Lass es einfach, lass es einfach. Lass es einfach. Lass es einfach. Lass es einfach. Oh, B-Tools. Geht's weiter? Wo seid ihr? Okay. Weiter nach Osten. Gut. Gut. Okay. Stille gar nicht gut. Es ist... Nie wird es sein. Dorf. Sehr schön. Sehr spannendes Video. Genau vor uns. Vor uns ist es Dorf. Alter... Ist... Jo... Wie viele Dörfer? Wir finden mehr Dörfer... Als... Normalerweise. Alter, das ist schon schwer. Äh, vielleicht sollten wir mal immer Osten laufen. Kann das sein? Ist so. Wir haben es einfach an allen Projekten falsch gemacht. Ah, das ist irgendwie ganz schön leer. Das Dorf. Aber das hat auch so ein komisches Haus. Das sieht schillig aus irgendwie. Hä? Das kleine Haus vor uns hier sieht schillig aus, oder? Ja, das hab ich mir auch schon gedacht. Das hier. Das hier. Das sieht ja nicht schillig aus. Lol. Alter, weiß was hier drin ist. Gift. Na klar. Ist so ein komisches Nether-Wide-Nachrichtungsding. Junge, der macht das. Ey. Ey. Nee. Nee. Komm, ich mach alleine. Aber hier ist auch nichts Interessantes. Das ist wirklich gar nicht. Das ist doch... Das ist doch so leer. Hier ist nicht mal Stroh. Hehehe. Das ist eine arme Inflation halt. Komm, eh nur noch. Inflation kickt. Inflation kickt. Ein und... Ich hab nicht verstanden. Dann kommt das Dorf. Mit der magischen Kiste. Ey, wenn dort ein Dorf ist, das wär... Das wär geil, wenn dort einfach ein Dorf steht. Ich glaub ich zwar nicht. Einfach so mitten nirgendwo. Ja, ne. Wir gehen ja bis Koordinat 3 Millionen, oder? Wahrscheinlich bist du mitten nirgendwo. Ähm. Das Projekt geht einfach so lange, bis wir irgendwann an der World Border angekommen sind. Ja. Kannst du nicht so einen Typen, der das mal gemacht hat? Ja. Und hat... Keine Ahnung. Ja oder so dafür gebaut. Hm. Aber der hat halt nen Livestream gemacht. Wenn wir das in Folgen einteilen, dann haben wir... F... 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 Was noch als Schwert? Äh, Tom... Und wir sind... Hier, stopp, hier. Wir haben Tom verloren. Ihr wart gar nicht mehr hinter mir. Ach du Scheiße. Äh, ich bin jetzt... Ich bin bei... Ich bin bei 5041 minus 500. Hi. Hier ist es. Hier ist es. Dieser Block... Warte, warte, warte. Geh weg. Dorf. So, Ofen. Wo ist Dorf? Da geht... Geht schon mal vor. Ich komm mal. Alter, ich... Mach jetzt meine Sichtweite höher. Sind wir da vorbeigerannt? Sind da vorbeigerannt einfach. Keine Ahnung. Vielleicht ist es jetzt dasselbe. Oder das ist das gleiche Dorf. Du musst nicht wundern. Nö. Oder? Ne, das ist ein neues. Ne, klar. Aber auch so, irgendwie kommt es jetzt leer stehend. Haben wir alles so arme kleine Schlucker. Egal, mach das nicht kaputt. Alter, ich dachte grad, das wäre ein schwarzes Loch gewesen. Ne, das war einfach ein Pferd. Warte, die Jungs. Macht es aber nicht kaputt. Weil das könnten wir theoretisch, äh, aufbauen. So richtig. Dass wir mit denen handeln können. Ja. Okay. Weißt du, Verzauberungsbücher und so. Weil das ist wichtig, Verzauberungsbücher. Juuu. Moin. Kommt doch her. Ich? Nein, der Eiskolm. Der hat mir grad sieben Herzen abgezogen. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Soll ich mitkommen mit deiner Hacke? Hm? Den abhacken, oder was? Steht doch aus Eisen. Eigentlich müsstest du ihn schneller daumen bekommen. Ne? Ja. Ein abbauen mit der Spitzhacke. Ey, töt doch nicht die Pferde, Junge. Keine Ahnung, was ist denn hier noch drin? Feimacher. Das wär's damit für die Folge gewesen. In der nächsten Folge, äh, bauen wir dann den Stützpunkt? Oder, bauen wir ihn fertig? Oder, keine Ahnung. Na, ich hab hier bis jetzt nur ein Filt und so. Ja. Deswegen würde ich sagen, das wär's für die Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dann abonniert. Aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Sympot ist kein Mord, würde mich freuen. Und ja, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Und ciao. Ciao. Ciao.